Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Uncharted 4. Wir waren ja auf der Flucht. Ne, ich weiß nicht genau wohin. Also auf jeden Fall nach draußen, aber... Wie und weshalb? Achtung. Ja, Geld bedeutet die Gegner untersuchen, was zu sehen, gelobt haben. Weiter. Halten sie sich aus dem Sichtfeld Gegner heraus, um... Okay. Ich soll auf jeden Fall abhauen. Interessant. Alles interessant. Selber, Bastard. Ey, Leute, kann ich da nicht einfach runter? Da? Äh! Ohoho! Ja, aber das war jetzt nicht so hoch, ja? Das war nicht so hoch, dass der stirbt. Der könnte sich vielleicht einen Knöchel brechen, aber nicht sterben, ja? Okay, da geht's auf jeden Fall nicht lang. Da muss ich warten, bis das Licht sich umdreht. Anders geht's nicht. Was ist da? Das ist, glaube ich... Das ist einfach so ein Licht. Scheinwerferlicht. Aber kein Mann da. Achso, ich kann ja hier weiter. Ja, einfach Augen aufmachen. Mann, Mann, Mann. So. Oh! Komm, ziehen runter! Richtig geil! Alter, habt ihr das gesehen? Hätte ich lieber seine Waffe noch mitgenommen. Ich bleib jetzt hier hängen. Das ist geil. Nein, runter, runter. Drake. Oh, ey, Mann. Mach mir doch nicht so'n Angst. Runter, 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 runter. Noch mehr runter, noch mehr runter. Rechts oder links? Ich würde sagen, wir gehen nach links. Oh, 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 oh. Da war auf jeden Fall Licht, da war auf jeden Fall Licht. Weiter runter. Können wir nicht dahin springen? Hallo? So. Ja, da rein bringt uns, glaube ich, nicht viel. Wir bleiben draußen. Ja, mach schon hin, ey. Soll ich runter? Oder soll ich hoch und den Penner da runterschmeißen? Ist auch keine schlechte Idee. Dann aber schnell. Dann aber schnell. Ah, ich könnte hier ganz runter. Bevor ich ganz runtergehe, nehme ich den noch mit da oben. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Ist klar. Der sucht hier gerade einen Flüchtigen und pfeift dabei. Ganz gechillt. Oh, ich könnte da reinspringen. Bringt mir aber nichts, solange dieser Penner hier ist. Genau, genau, da wollte ich hin, genau. Da würde ich jetzt, da würde ich jetzt nicht hingehen. Aber wie komme ich denn weiter hoch? Ich weiß nicht. Warte, lass es mal weggehen. Bringt es was, wenn ich da hinten hingehe? Und jetzt! Ach du Scheiße, ach du Scheiße, die haben mich gesehen! so, jetzt! Alter! Nate, mach mir doch nicht so eine Angst. Kommt die jetzt her? Ich wollte nochmal einen runterziehen. Wäre halt ein Feind weniger. Äh, die bleiben da noch stehen, die Hunde. Na, mir ist es recht. Ähm, da ist was nochmal? Da rüber, würde ich sagen. Warte ich mal kurz, warte ich mal kurz. jetzt! Äh! Alter! Gerade, wo ich jetzt gesagt habe, tut er sein scheiß Scheinwerferlicht auf mich zielen. Okay. Okay, Leute. Scheiße, dass ich nicht weiß, wo lang ich muss. Äh. Hohes Gras, um mich zu verstecken. Hm, klapp. Scheiße, 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 Scheiße. Alter, halt fest, halt fest. Psch, 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 Komm in deinen Tod. Ja, komm in deinen Tod. Hm. Bin unterwegs. Erschaffe mir nur einen Überblick. Okay, bis gleich. Ja. Ihr müsst mir sagen, wo lang, verdammt nochmal. Was war das? Was war das? Was war das? Okay. Ich glaub nicht, dass da jetzt unten Formel 1 ist. Ich glaub, der ist für uns gedacht. Was, oder? So wie es aussieht, bin ich richtig hier. Wo komm ich da rüber? Okay, Leute, okay, Leute. Okay, Leute, ganz, ganz easy, ganz easy. ganz easy. Ich muss hier weg. Ich bin hier gerade im Licht. Schon richtig spannend. Also spannend. Richtig Spannung drin. Also ich muss schon... Okay. Alter, das ist aber ein richtiges Stück noch bis dahin. Ja, ich muss hier ab und zu meine Luft anhalten, weil es so spannend ist. Ey, das schaffst du doch. Komm, Darsten. Wollte ich schon sagen, ey. Ja. Alles gut. Niemand hat mich genau gesehen. Ich mach einfach auf cool und spaziere direkt hier raus. Ja. Genau. Das sagst du so einfach. Nimmst noch paar Schätze hier mit, komm. So eine Vase ist bestimmt teuer. Alter, es ist gar keine gute Idee. Es ist keine gute Idee. Nein. Alter. Geben Sie mir das Kruzifix. Lady, ihr Glück, dass ich ein Gentleman bin. Soll's für dich? Was denn? Okay, gut. Aber wissen Sie, ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mal. Jetzt muss ich auch noch eine Frau schlagen. Ist klar, ey. Hey. Ich muss auf Ihre Arschbacken aufpassen. Ich glaub, wenn sie da meine Finger einklemmt oder mal was anderes von mir, dann ist es ab. Alter, der hat richtig Muckis. Alter, die kann auch kämpfen, ohne Witz. Alter. Es gehört nicht Ihnen. Handeln. Etwas konkreter. Alter, Schwede. Okay, das ist ein Biest. Das ist keine Frau mehr. Jetzt. Jetzt keine Rücksicht. Du bist keine Frau mehr. Alter, was ist denn los hier? Nee, also da haben wir keine Chance, glaub ich. Rauswerfen. Sie sind keine Chirub-Praktikerin bei Kugeln. Rauswerfen. Rauswerfen, würde ich sagen. Wenn Sie nicht auffassen, werfen wir uns raus. Alter, gut. In meiner Gesäßtasche. Geh an meinen Arsch, Baby, komm. Alter, alter, alter. War besser für uns, dass sie das gemacht hat? Okay, ich bin am Wagen, wo zum Teufel steckt sie. Ich hab deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Sie ist der Zücken. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Sie versuchen es einzudämmen. Aber alle drehen durch. Ich will ja nicht drängeln, aber walt euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Balsai. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Gute Nachricht. Ich hab ne Knarre. Bis gleich. Kann ich hier runter? Am Fenster? Ach man, so hoch war das doch gar nicht. Okay, da runter kann ich nicht. Ich hab deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Sie ist entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Wir versuchen es einzudämmen. Aber alle drehen durch. Ich will ja nicht drängeln, aber walt euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Ich muss auf jeden Fall da lang. Da, wo das... Am Ball sein. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Gute Nachricht. Ich hab ne Knarre. Bis gleich. Okay, 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 okay. Ich muss dann hoch. Ich muss ganz hoch, glaube ich. Oder? Also jetzt ist echt zum einfach mal probieren. Oder darüber springen. Oh Mann, Momo. War doch ganz einfach. So. Ganz viele Männer, ganz viele Männer. Ich darf mich nicht sehen lassen. Ich darf mich nicht sehen lassen. Das wäre tödlich. Okay. Wir müssen auf jeden Fall da ganz hinten hin. Ganz kurz überlegen. Oh, ich würde sagen, wir bleiben oben. Also. Ja. Wir bleiben auf jeden Fall oben. Wenn möglich. Ach Mann, was machst denn du da? So blöd. Kann ich da rüberspringen? Na ja, natürlich können wir das. Okay. Nein, 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 nein. Wow, 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 wow. Was jetzt? Was jetzt? Oh, die Kante noch erwischt. Das ist echt ein Scheißgerade, ne? Oh, das war klar, das war klar. Nein. Sam, du musst besser zielen können, Mann. Was, 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 was? Oh. Okay. Alles klar? Ja. Ich hänge nur so rum. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ja. Ja, glaub schon. Ja. Wir treffen uns in der Einfahrt. Geh einfach Richtung Ballsaal. Okay, bis gleich. Okay, was. Noch mal runter drücken, damit ich tot. Ich muss irgendwie auf die Stange. Ja, genau. Mann, 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 Mann. Da sammeln wir erst mal Munition auf hier. Okay. Verstanden, verstanden, aber wo lang? Wenn ich mich jetzt hier runter lasse, dann bin ich wieder tot. Sicher. Und dann bin ich mir sicher, dass ich tot bin. Ah, nein, da lang. Ah, die Steuerung ist ein bisschen... Die Steuerung ist eigentlich perfekt, aber... Aber, ja. Jetzt mal ganz ruhig. Runter! Noch ein runter! Ja, genau. Niente, genau, niente. So, ich glaube, ich kann von da ganz runter, ja? Oh, endlich auf den Boden. Komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Jetzt muss ich wieder hoch, verdammt. Und ich habe mich gefreut, dass wir runtergehen. Alles klar. Munition ist voll, auf jeden Fall. Der hat uns doch gesehen, verdammt. Wartet mal. Ich muss auf jeden Fall irgendwo... Irgendwann mal runter. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Den muss ich noch umbringen. Dann kann ich in Ruhe gucken. Komm mal her, komm zu Papa. So, jetzt kann ich mal gucken. Da. Dahinten. Heimlich, still und leise. Da haben wir uns ein Trophäe verdient. Oh, nein, 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 nein. Zurück, 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 zurück. Das sind zu zweit. Die sind zu zweit. Den einen kann ich wegmachen schnell. So. Jetzt das Zweite. Komm her. Also, jetzt nochmal. Da lang müssen wir. Okay. Da sind die Autos. Oh, wieder hoch, wieder hoch. Fichser, der hat mich gesehen. Wo ist denn der? Ach, da oben ist er. Okay, jetzt ist er weg. Nein. Dann gehen wir halt hier lang. Kann ich auch den Typen gleich erwischen? Warte. So, von hier. Das wollte ich. Da kann ich nicht hin. Ja, Dove Se. Kann ich nicht da hoch? Nee, geht nicht. Hm. Oh, jetzt haben die mich gesehen, die Wichser. Rein, rein, rein. Nein. Rein da, rein da, rein da. Scheiße. Jetzt muss ich mal ein bisschen versteckt halten. Puh. Aber, richtig schöne Karren da unten. Also. Okay, da quietschen auf jeden Fall die Räder. Die quietschen richtig die Reifen, du. Runter. Ey, da war doch eine... Da war eine Kante. Fuck off. Da war eine Kante. Na gut. Aber, jetzt weiß ich wo lang. Wir waren ja kurz davor. Aber, ähm, ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Und, nicht vergessen, ich sag's jedes Mal, ich weiß, man vergesst sowas, aber lasst mal bitte einen Daumen hoch da, also einen Like, Like-Button. Spreng mal das Like, komm. Und, ja, ich würd sagen, bis zum nächsten Mal. Da kommen schon die Feinde. Ich geh mal ins Gras und verabschiede mich von euch. Haut rein, Leute.